Zu der Serie Mathematik mal anders und der Aufgabe über eine Hohlkugel wird dieses Video als Teil 2 dargestellt. Zur Erinnerung die Aufgabenstellung. Die Aufgabe lautet, eine Hohlkugel hat eine äußere Oberfläche von 452,39 cm². Hiermit kannst du dir das Bild von so einer Kugel verschaffen. Die nächste Frage 2 lautet, wie groß ist das Füllvolumen, wenn ihre Außenwand 2 mm dick ist? Um das Ganze praktisch durchzuführen, habe ich die Außenwand mit einem Lineal gemessen. Und das sind tatsächlich 2 mm. Um diese Frage zu beantworten, machen wir eine kleine Skizze. Obwohl wir diese Hohlkugel auch sehen, brauchen wir doch eine kleine Skizze, wie die Kugel im Durchschnitt aussehen würde. Also das wäre so die Außenwand der Kugel, die Innenwand. Das heißt, wir haben hier den Radius außen, RA. Und wir haben den Radius RI, Innenradius. Was man beachten soll, das RI, also Innenradius, ist gleich RA minus D, wobei D 2 mm ist. Also das können wir dann in Zentimeter ausdrücken. Sind 6 cm minus 0,2 cm. Und das sind 5,8 cm. So kann man den Volumen von Hohlraum bestimmen, Indem man VI, Volumen, Innen, 4 Drittel mal Pi mal RI hoch 3. Ja, das sind 4 Drittel mal Pi mal 5,8. Hier wird dieser Wert, 5,8, an der Stelle eingesetzt. Also 5,8 hoch 3. Und das sind mit dem Taschenrechner berechnet 817,28,28 Kubikzentimeter. Den Wert, den wir berechnet hatten, können wir hier als Antwort eintragen. Antwort, Volumen, also Füllvolumen, VI, sind ungefähr 817,28 Kubikzentimeter. Die letzte Frage, Nummer 3, schreiben wir hier eben auf, ist Wie schwer ist die Außenwand, wenn sie aus Plastik mit der Dichte roh 0,91 Gramm pro Kubikzentimeter besteht? Ja, dazu erinnern wir uns noch an die Größen, die vorgegebenen Größen. Volumen, V außen, sind 904,78 Zentimeter Kubik gewesen. Und Volumen innen hatten wir bei der zweiten Aufgabe berechnet. V innen, 817,28 Kubikzentimeter. Ja, und roh, roh aus den Angaben 0,91 Gramm pro Kubikzentimeter. Nach allen diesen Angaben können wir den Volumen für die Wand, die hier im Durchschnitt zu sehen ist, bestimmen. Also für den Plastik, das siehst du jetzt auch am Bild. V-Wand wäre die Differenz zwischen beiden Volumen. V außen minus V innen. Und nach den Zahlen 909,78 Kubikzentimeter minus 817,28. Ja, die Differenz kannst du dann mit dem Taschenrechner bestimmen. Und da für die Dichte, die Dichte bestimmt man nach, äh, für die Dichte gibt es bestimmte Formel, roh gleich m, die Masse durch Volumen. Dann kann man die Formel nochmal umstellen nach m. Das heißt, beide Seiten werden mit v multipliziert. Also dadurch entsteht die Formel m gleich roh mal v. roh mal v. Und wir können nach, nach diesen Angaben die Masse bestimmen. m gleich 87,5 mal 0,91. Das sind gleich 79,625 Gramm. Und das sind ungefähr 80 Gramm. Nun können wir die Kugel wiegen, um unsere Ergebnisse mit den reellen Werten zu vergleichen. Und man sieht tatsächlich, dass die Kugel 80, na ungefähr 80 Gramm wiegt. Viel Spaß mit weiteren Aufgaben!